Kurz nach vier Zeit zum Butter machen. Erstmal über der Morgen. Jetzt habe ich gerade den Rahm mit Butterfass gelegt. Der Rahm war so lange geschlagen, dass sich die Butter und die Buttermilch geteilt. Sehr schön. Da können wir Frühstücken gehen. Die Butter ist noch nicht ganz fertig. Es ist fast wie Schlagraben. Keine Konsistenz. Dann lassen wir es noch einmal lassen. Jetzt wird der Butter zweimal gewaschen. Was hat das für einen Sinn? Dass sie richtig die Buttermilch wegwischen und das der Butter halbaut wird. Ah, okay. Es ist das erste Waschwasser. Jetzt kommt die Butter raus. So nochmal geknetet. Geknetet raus. Wie viele Kilo kommen da raus? Das sind die Butter. Das sind die Butter. Vielen Dank. Vielen Dank.